Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Salt and Sanctuary mit mir dem Leran 2. Wir machen weiter oder gehen wir zurück, wer weiß. Wir erkunden die Burg. So viel ist auf jeden Fall klar. Letztes Mal sind wir eigentlich bloß durchgerannt, damit wir so schnell wie möglich zum Boss kommen. Heute holen wir uns hier ein paar Sachen ab. Beispiel Schädel, Schädel. Endlose Weißzahn. Mit ihm beschäftige ich mich eigentlich gar nicht, weil er ist groß und böse und hat einen zweihändigen Riesenhammer. Eine graue Perle. Graue Perlen würde ich wahrscheinlich nicht benutzen, aber damit kann man quasi die, wenn man einen Punkt wegmachen möchte, im S-Bow. Autsch. Damit hätte ich rechnen sollen. 60 Salz für immer verloren. Na egal. Die 1700 sind die, die mir mehr wehtun. Bin ich wohl auch versuchen müssen, zurückzuholen. Jetzt aufhören. Blöde Feuerschädel. Ähm, was machst du dort? Nein. Äh. Er hat mich in der Falle gelockt. Er hat mich in der Falle gelockt. In der Falle gelockt. So, ich gehe dann einfach mal unten durch, lieber Freund. Und... Cool, hä? Ähm, aufmachen und... Titanen, ja. Titanen-Sachen. Das klingt schon so, als könnte ich sie anziehen, indem ich keinen Punkt in schwere Rüstung investiere. 2, 3... Seht ihr? So, einfach kann's gehen. Hofmagier töten. So, was ich aber eher brauche ist... Heilige Waffe für die Skelette hier. Oder... Brennende Totenschädel. Uh, das war ein effektiver Schlag. Verkohlte Puppe. So, dann hier hinten. Guten Tag, Herr Ritter. Ähm, genau. Komm mal, komm mal. Idiot. Komm mal. Autsch. Äh. Ah, von mir aus. Wenn er seinen Kopf schon so hinhält, warum sollte ich nicht? Gib mir all das Geld. Und ich hab den Blitzschauer. Yay, Magie. Magie, die ich niemals nutzen werden kann. Aber das wäre jetzt... Das ist eine ziemlich gute Magie. Den hatte ich... Mit meinem Zauberer hatte ich den... Eine Weile. Den Blitzschauer. So. Okay. Zuerst räumen wir mal hier am besten die ganzen Räume. Das ganze Gebiet hier leer. So, eins, zwei, drei, vier. Okay. So viel brauchte ich dann doch nicht. Hier oben noch welche? Nee. Gut. So. Ein sengender... Sengender Strahl. Das ist sogar was Heiliges. Äh, klasse. Viergebiet. Beschütte. Äh, okay. Stufe vier Gebete. Wird interessant. Und ist sogar offensiv. Äh. So. Eins, zwei. Äh, Schwertmeister. Ich hab keine Ahnung. Irgendwie Spaltritter. Irgendwie sowas. Äh, auf jeden Fall können sie sich sogar teleportieren. Ziemlich unnötig. Äh, hier wollen wir noch nicht hin. Zuerst nach oben. Denn hier hinten ist interessanter. Äh, wieder. Immer den Buff aktivieren. Immer den Buff aktivieren. Zwei, drei. Und tot. Und nehmen wir auch. Geteilten Schwertmannes. Ist okay. Und dann noch ein paar geteilte Sachen. Weil sie immer alles teilen müssen. Upp. So, und dann geht's eigentlich auch schon weiter, hm? Das war jetzt schon die ganze Festung der Stürme. Zumindest alles, was ich kannte. Wobei, stimme ich ganz. Etwas gibt's noch zu tun. Hier hinten weitergehen. Und mit dir sprechen. Hallo, mein Freund. Gegenstände kaufen. Äh, das einzige Interessante, was er wieder mal hat, sind quasi die... Äh, die Upgrade-Materialien. Aber... Äh, ich hab eigentlich alles, was ich brauche. Ich könnte mal noch die Rüstung verbessern. Aber ich bin mir gar nicht... Ich werde die hier wahrscheinlich gar nicht ewig anhaben. Äh, von denen hab ich genug. Gib mir... Drei davon. Drei davon. Drei davon. Drei davon. Und das kann ich jederzeit eine Waffe. Wenn ich mal eine neue finde. Äh, das sind... Äh, das sind... Einfach halt... Unterschiedliche Waffen brauchen unterschiedliche Upgrade-Materialien. Viele der Basis-Waffen brauchen aber einfach, äh... Oh, einen Magiestab. Äh, brauchen aber halt einfach diese... Alte die Haar... Die Haarspanken. Haar... Haarlocke. Genau war's. So. Und jetzt haben wir hier einen alten Freund. Wer es sich erinnern mag. Es bleibt bestehen. Will es mich kennenlernen? Äh... Ja, gerne. Wer bist du? Während sie hin- und herhuschen, existiere ich. Während sie ihre erbärmlichen Götter und Idole preisen, existiere ich. Während sie ihre lächerlichen Kriege kämpfen und für sterbliche Könige und Verräter sterben, existiere ich. Alle Priester der falschen Götter kniet vor mir nieder. Alle Könige und Reiche, egal wie großartig oder klein, knien vor mir nieder. Das Leben kniet vor mir nieder. Der Tod kniet vor mir nieder. Du bist furchtbar unfreundlich. Obwohl, weniger unfreundlich als einfach nur unverständlich. Hier geht's nicht. Manchmal hat's noch geheime Türen. Aber ich bin nicht so großartig, sie zu finden. Geben wir noch die Waffe. Jetzt sind wir nämlich hier in der roten Halle der Käfige. Ist jetzt dieses Gläubb wieder. Wir waren ja schon mal hier. Einfach wir anderen Weg. Und jetzt quasi auch ein Weg, den wir gehen können. Na, 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 war das nicht cool? Das war cool. So, wieder Magie einsetzen. Schnell noch Magie einsetzen. Wer hier gerade dabei ist. Guten Tag. Und der war tot. So, und der war auch... Nee, ich würde dich gar nicht aktivieren. Von mir aus holen wir auch schnell das hier. Sack voller Salz. So, wo ich eigentlich hin möchte. Also, wir kommen hier in die Halle der roten Käfige zurück. Aber es gibt etwas, das ich zuerst noch tun möchte. Mit unter das hier. Ein Steinführer ist wichtig. Weil, wie gesagt, wir kommen hier hin zurück. Ein Steinschmied von mir aus. Ja, mehr braucht ich im Moment gerade nicht. Aufsteigen. Oh Gott, ganz schön. Kann man fast alles zahls verwenden. Und dann beim der Fähigkeiten haben wir drei. Und das bedeutet, wir könnten noch nicht okay. Eins noch. Ist relativ egal. Und hier haben wir Stufe drei. Ja, jetzt, da wir auch ein Stufe vier Ding haben, sollten wir uns danach hier befassen. Aber wir kommen bald zu dem Ort, an dem ich quasi die neue Waffe erwarte. Dementsprechend die neue Sense. Und deshalb will ich da gerade sicher die führen können. Auf den Zauber kann ich vorerst mal verzichten. Hallo, Herr Ritter. Du hast den Drachen erschlagen und ich war nicht mal da, um zu helfen. Tut mir leid. Ich denke, ich brauche dann wohl einen neuen Auftrag. Nun gut, der Tempelturm. Oder sollte ich zuerst in das Verlies unter dem Schloss? Ja, selber wissen. Oh, ein Schild. Mein Herz will, was auch immer im Tempelturm liegt. Aber vor ihm befindet sich dieses verdammte Gebiet. Der Dom der Vergessenen. Ein treuloser Ort, voll wiederhahnendem Elend, von Leid und Schmerz. Nun? Hm. Vielleicht sollte ich mich durch das Verlies kämpfen. Egal, wie schlimm es scheinen mag. Ich weiß, das ist auf jeden Fall besser. Es ist auf jeden Fall besser, als dieser verfluchte Dom ist. Wann immer du Angst hast und alleine bist, erinnere dich daran, dass du dein eigener Held bist. Ja, das habe ich mal gedacht, dass das sein letzter Satz sein wird. So, er sprach aber schon davon, vom Dom der Vergessenen. Und das ist genau unser Ziel. Wir wollen in diesen verfluchten Dom, in dem sich nicht mal der Ritter hineintraut. Ihr müsst überlegen. Er geht lieber durch dieses Verlies, in dem wir drin waren. Die Halle der Roten Käfige, oder wie es heißt, Kerker der Roten Käfige. Anstatt quasi hier in den Dom der Vergessenen zu gehen. Und dort muss ich, also ich muss nicht hin, aber dort gehe ich jetzt hin. So, noch ein paar Kleider bekommen. Was haben wir hier unten? Ich weiß, das ist nicht der Weg, aber man kann ja mal nachschauen gehen. Vielleicht findet sich ja noch was. Nope, eine rote Barriere. Da kriegen wir dann auch eine Fähigkeit, mit der wir durch rote Barrieren durchlaufen können. Irgendwann. So, dementsprechend kein Stress. So, dann geht es wohl einfach so weiter. In den Dom der Vergessenen. Ich meine, er hat einen Haufen Staub rumliegen und so. Aber sonst sieht er doch eigentlich gar nicht so schlimm aus. Meilt ihr nicht auch? Und natürlich verschiedene Plattformen. Aber naja. Irgendwas wird schon hier sein, wenn der Ritter Angst davor hat. So, zumindest mal einen Steinführer hinmachen. Steinhändler von mir aus. Den Rest. Weißt du was? Machen wir hier noch einen Stein-Alchemisten hin. Die werde ich nämlich in diesem Gebiet dann brauchen. Hier haben wir das Bernstein-Idol. Jetzt kann man zeigen, was der Alchemist kann. Hallo Freund, sollen wir deine Ausrüstung umwandeln? Transmutation. Jetzt kann ich hier meine Sense zum Beispiel zu einer Kriegssense ändern, aber das ist nicht die Waffe, die ich haben möchte. Ich kann auch hier Stärke, Geschicklichkeit, ich schaue jetzt gerade mal noch, ob es irgendwo eine Waffe mit Weisheitsskalierung umhat. Der Phönixschwanz, das ist anscheinend eine der besten, vor allem für Magier. Das ist halt so ein Flammenschwert mit dem Drachenhorn. Ich kann nicht viel damit anfangen, aber für mich gibt es hier nichts. Schwertkämpfer, die da noch ein bisschen, die können da sicher mehr mit anfangen. So, für uns gibt es jetzt aber hier noch Vorsicht, Monster-Innentruhe. Nicht mach es. Ja. Äh. Man kennt ja Mimics. Man möchte diese Truhe nicht einfach so öffnen. Das wäre eine ziemlich schlechte Idee für alle Beteiligten. Außer dem Ding, was drin sitzt. Aber damit kriegen wir den nächsten Alchemisten. Brauchen wir zwar nicht, aber wir kriegen ihn. So, und jetzt haben wir hier oben unseren ersten Gegner in der Halle. Guten Tag. Möchten Sie die Kanschaft mit der Sense machen? Herr, Engels, Bogenschütze? Anscheinend nicht. Gut. Die machen mir immer Ärger. Stein Magier. Brauche ich nicht. Ich brauche keine Magieverbesserung. Aber etwas ganz Nützliches wurde jetzt doch noch hier gelassen. in meiner Obhut. Eine Fiole der Untersicht. Ich zeige euch gleich, was damit auf sich hat. So. Ein langer Gerader. Auch wenn ihr ganz genau schaut, dann habt ihr dort links so ein bisschen grauer Nebel, der sich verbreitet. Dieser grauer Nebel bedeutet nur etwas. Und ich glaube, damit ist es schon einigermaßen klar, was die Fiole der Untersicht, ohne Pistole. Autsch. Damit ist klar, was die Fiole der Untersicht macht. Können Sie auch gleich zeigen. Ich habe zwar nur begrenzt, aber... Ja, das dort oben, die wären unsichtbar, wenn ich die Fiole nicht genommen hätte. Es ist ziemlich gut, dass ich die Gegner hier in einem Schlag erledigen kann. Sonst wäre es um einiges mühsamer. Also, die unsichtbaren Gegner. Den hier kann ich natürlich nicht auf... Wow. Guter Schuss, Freund. Aber er greift zu langsam an. Das hier ist eigentlich kein Gegner, der einem gefährlich wird. Er braucht einfach deine Heiltränke auf. Das Ding ist, er kann gar nicht schnell genug Schaden machen, um deine Heiltränke aufzubrauchen. Wenn du es einigermaßen schlau machst. Die Heilung nicht vergisst. Skorpionssachen sind auch schwer. Er kann dir also in dem Sinne gar nicht genug Schaden zu fügen, um dich umzubringen, wenn du deine Leben nicht gerade vergisst. Aber er trifft mich. Mich trifft er die ganze Zeit. Was heißt, ich muss damit leben, dass ich mich die ganze Zeit heilen muss. Nope. Nope. Es ist auch interessant zu sehen, dort oben sehen wir schon was. Irgendwas Großes wartet dort oben. Aber noch ist nicht die Zeit dafür. Guten Tag, Herr Ritter. Adios, Herr Ritter. Kein Interesse an dem Typen. Obwohl er Interesse an mir... Wow. Freund, pass auf. Das ist eine gefährliche Waffe, die du da umherschwingst. So, vielleicht noch die hier zu mir nehmen. Nein. Das ist, wenn man... Flüstermänner. Wenn man die quasi am Arsch hat und es nicht bemerkt, dann ist das etwas vom Übelsten, äh... was dir passieren kann. Ist... Ich wurde schon mehrfach einfach nur meinen Weg gegangen und dann von hinten zu Tode gekombot von Gegnern, die ich gar nicht wusste, dass sie hinter mir hier waren. Könntest du bitte... Dankeschön. Die hier sind besonders schlimm, weil man sie schnell vergisst, weil man hier gar nicht durch muss. Und dann geht man hier nach unten, sieht hier... Oh, Kerzen! Hier kann ich speichern. Und während er hier die... Solange er braucht, um endlich mal das Ding anzuzünden, stehen sie schon da und prügeln dir den Rücken tot. Furchtbar. Aber egal. Wir haben einen Speicherpunkt erreicht und wir werden es dabei belasten für heute. Wie ihr euch denken könnt, bei so einem Speicherpunkt wird wahrscheinlich bald etwas kommen. Und ja, wir werden das dann im nächsten Part sehen. Ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein und in diesem Sinne hoffentlich bis dann!